Hallo, mein Name ist Philipp Steiner. Ich bin Profifußballer und spiele beim SV Mattersburg. Meine Position auf dem Platz ist Mittelfeldspieler. Mein Tagesplan sieht folgendermaßen aus. Ich stehe in der Früh auf, komme hier aufs Trainingsgelände, absolviere dann meine Trainingseinheiten und komme dann wieder am Abend nach Hause. Und am Wochenende steht dann ein Meisterschaftsspiel auf dem Plan. Ich habe in der Hackfrauenkirchen 2006 maturiert. Die schönsten Erlebnisse in der Handelsakademie waren die Sprachreisen und der Skikurs, wobei die Sprachreisen in Frankreich und in Irland waren und der Skikurs am Kitzsteinhorn. Die wirtschaftliche Ausbildung in der Handelsakademie hat mir sehr bei meinem Studium geholfen und auch bei Vertragsverhandlungen, denn da musste ich mit den wirtschaftlichen Begrifflichkeiten umgehen können. Die Ausbildung an der Handelsakademie finde ich sehr gut, da sie erstens auf den Beruf vorbereitet oder für das Studium vorbereitet. Die Zeit in der Handelsakademie in Frankirchen war für mich sehr schön und wenn ich könnte, würde ich sofort wieder in der ersten Klasse beginnen.